Oliver Wegmann ist mein Name von Rot-Weiß Essen, also einen langen Weg heute hier vor mir gehabt. Super interessant, war die letzten Jahre selber hier oben im Norden und gehe immer wieder gerne hier auf die Messe, weil man immer wieder gute Neuigkeiten auch sieht, neue Kontakte knüpfen kann. Was bieten wir an? Wir sind natürlich ein globaler Verein, allein durch Helmut Rahm natürlich von früher, kennt natürlich jeder Rot-Weiß Essen und wir wollen natürlich auch immer wieder gucken, dass wir einfach auch neue Reichweiten generieren und denke, dass wir deswegen auch sehr sehr für viele interessant sind, weil wir einfach anders sind als Verein und sicherlich hier oben im Norden vergleichbarer mit FC St. Pauli sind. Nachwuchs ist natürlich ein ganz anderes Thema, also Nachwuchs generieren wir natürlich immer durch unsere Leistungsfähigkeit und durch diesen Verein, diesen Traditionsverein, in dem wir natürlich sind. Wir sind natürlich immer wieder auf der Suche nach neuen Partnern und auch natürlich neuen Sponsoren, die das ganze Projekt natürlich mittragen, dass wir irgendwann auch mal wieder Profifußball bei diesem Traditionsverein Rot-Weiß Essen haben und wir sagen immer, wir sind, unser Vorstandsvorsitzender sagt immer, wir sind rotzig, also wir sind einfach anders, wir sind eigentlich das Ruhrgebiet in dem wahren Maße, Schalke 04 und Borussia Dortmund ist auch Ruhrgebiet, aber ich glaube, dass bei uns noch richtig dieser ehrliche Fußball da ist. Musik